guten mittag leute was geht ich wollte euch nur bescheid geben der stream wird auf ich schätze mal 5 oder 6 uhr verschoben 17 18 uhr sowas aus diesem grund weil ich heute zum impfen fahr um 4 uhr und ich nicht weiß wann ich wieder zurückkomme so weit ich zurück bin werde ich instant stream leute und seid gespannt was heute machen es wird einfach ein zu wilder stream wünsche einen schönen tag bis später haute rein und bis später